Musik Seit Februar haben wir gearbeitet, wir haben gemalt, wir haben geprobt, wir haben Puppen gebaut und Masken und jetzt ist es endlich soweit. Der große Tag ist gekommen, wir sind alle schon ganz gespannt und ich bin mir sicher, das wird eine ganz tolle Aufführung. Ja, ich freue mich total, die letzte Komponente unserer 25-Jahr-Jubiläumsfeier startet schon bald. Der kleine Hobbit wird aufgeführt, die Schüler, die in der Theatergruppe sind, sind schon ganz aufgeregt, wir natürlich auch. Es geht bald los und ich freue mich, dass auch dieses Element unserer Jubiläumsfeier jetzt startet. Ich freue mich auf die Premiere und hoffe, ihr kommt. Wir freuen uns auf die Premiere und kommt bitte. Musik 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 Musik